Ihr müsst sagen wohin. Ihr wisst wieder. Ihr markiert wieder. Ja, schwer zu sagen. Ruinen ist wieder kacke. Da springen wir alle. Aber wir fliegen schon wieder dorthin. Die Richtung ist schon wieder dieselbe. Also wir könnten wieder dort runter. Ja, wir können ja auch hier hin gehen. Wenn wir weiter außerhalb der Fluglinie landen, sind da weniger Leute. Ja, ihr müsst euch entscheiden jetzt, wohin. Wo wollt ihr jetzt hin? Wieder in die Stadt hier? Wir könnten auch hier landen. Ja, lass wieder Wasserdorf. Nehmen wir wieder Wasserdorf. Das kennen wir schon, oder? Das war gut. Ihr sagt Bescheid, wenn ich rausgehe. Ja, es geht schon raus. Passt, ich bin schon unterwegs. Ja eben, vor allem Wasserdorf ist ja Sehenswürdigkeit. Vor allem ich hatte Glück, dass ich überlebt habe. Weil... Ich habe den ja rumgekatert, den nackten Typen. Das war geil, Alter. Ich habe den nicht getroffen. Aber eher mich ein, zweimal und ich ihn, glaube ich, einmal. Aber natürlich... Ich glaube, Cookie hat den dann erledigt, ne? Denke ich mal, oder? Ne, da war der Exo. Der Exo was? Achso, Expo was. Ja, irgendwie... Aber wie gesagt, ich habe den hier rumgekatert. Und? Ich sehe nur mich im Moment. Seht ihr noch andere Gamer? Andere noch? Diesmal nicht, oder? Ja? Ne, gerade nicht. Ne, diesmal nicht. Ne, ne, ich auch nicht. Ich sehe nur euch. Komm, 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 komm. Ich hänge am Dach fest. Gut, ich glaube, das andere Dach. Okay, abschneiden. Okay. Ich bin am Dach festgehangen. Ich nehme an die Sichel, ja. Besser als gar keine Wache. Hier liegt noch eine Pistole, falls die jemand haben will. Ja, wenn ich nichts finde, nehme ich sie. Ja, macht mal. So oben auf dem Dach. Oh, oh, oh. Ey, ich habe hier echt nichts, ne? In meinem UI. Ist ja null. Der Koji. Warum? Ja, wir können einfach nicht looten, Koji. Das ist alles, weißt du? Mit dir habe ich immer den besten Loot, Koji. Mit dir. Mit dir habe ich den aller aller besten Loot, Alter. Ja, wir müssen trotzdem aufpassen. Wo ist denn deine Freundin eigentlich in 14? Kann mir helfen? Alter, ich glaube, jetzt ist hier gut. Komm mal hoch. Ich habe Revolver, ey, nice. Warte, Rucksack 2, ne, warte. Ich habe eine Armbrust, Alter. Und Bolzen dazu, und so weiter, Alter. Ich habe mir sowieso noch nie geschossen. Ich nehme das trotzdem. Du schießt halt immer einen Pfeil und musst dann nachladen. Und eine AKM. Und eine ganze Arschvoll... ...dingens hier. Die kann ich... Es ist dieselbe. Alleiner hat er reich geschossen? Nein! Nee! Ich bin gerade weit weg. Kann sein, eventuell bei den Ruinen. Oh, ein Mantel. Geil. Mein Emo-Mantel. Ach! Was du, Alter. Was du auf deinem Mantel stehst. Eigentlich bist du der nackte Kutsche mit dem String. Eigentlich schon. Aber hier steht er voll auf seinem Mantel, Alter. Warum auch immer. Ach, scheiße, ey. Ich habe eine Armbrust. Ich hatte noch nie eine Armbrust in dem Spiel, ja. Ich wollte es nochmal anmerken. So. Ich komme mal wieder raus, ja. Ich war das. Nicht erschrecken. E-Beams. E-Beams, der Charles. Hier liegt auch noch Zeugung. Hier ist eine Mini-Uzi. Ah. Bei mir. Ich habe nur so einen Reval. Rucksack habe ich, Rucksack habe ich. Fällt geil aus, wenn ich renne. Kann man ins Wasser fallen? Ja, hier bei mir ist eine Mini-Uzi oben. Und ist hier offen? Oh, hier ist ein Helm. Falls jemanden braucht. Hier liegt noch eine UMP. UMP und eine Polizeiweste plus Mikro-Uzi wieder. Wer bist du, Expresso? Nee, Cookie. Cookie. Cookie, Cookie, Cookie. Okay. Ich gucke gerade. 9mm. Die ist besser. Hier liegt noch eine AKM. Hier liegt noch eine S12K. Alter, was ihr looted, ne? Aber ich bin im Moment, ich habe jetzt eine... Warte mal, ich gucke gerade. Ich habe eine AKM und eine P18. Müsste reichen eigentlich. Finde ich gut. Weiß nicht, wie ich zu dir hochkomme. Ja, ich bin hier über hochgesprungen. Über das Wasser. Ich bin vom Nachbardach. Ja, ich auch. Ja, hier kommst du hoch. Was ist, wenn ich ins Wasser springe? Was passiert? Tot? Rechts von dir. Ah, hier. Ja, das klingt echt gesund. Und jetzt hier rechts liegt was? Okay, das brauche ich. Ach, Fachvisier. Braucht einer einen Vierfach? Boah. Nimm die alle mit. Geil. Ne, ich glaube die. Jawohl, für die AKM eventuell. Wo liegt die? Nice, jetzt habe ich auch eine Knarre hier. Wummel. Ihr guckt mal auf die Zone. Wummel. Kein Problem. Ich bin hier bei mir. Was? Ich muss da meinen Tee schliessen. Ich glaube hier war ich schon. Ah, ich glaube hier war ich schon. Ja, passt. Meeting. Also entweder bleiben wir jetzt hier oder? Was sagt ihr immer? Regroup. Ja, machen wir regroup. Wie im PvP jetzt. Regroup. Ok. Wo ist hier? Wo? Wo ist denn hier? Vorne rechts. Vorne rechts. Vorne rechts. Vorne rechts. Ja, ich komme gerade. Ich gucke gerade wo ich da rüber komme. Warte mal. Ich komme gerade wie ich da zu euch komme. Über den Steg oder was? Ja, ja. Über den Steg hier bei uns. Ja, ja. Und dann hoch springen. Überall oder? Ein bisschen Fünfer Muni? Fünfer. Ne, ich habe nur zwölf. Silber und 7, 6, 2. Ich habe 0, 4, 5. Und 9. Ah, wo seid denn hier Alter? Ich bin jetzt wieder in dem Haus. Ah, komm ich nicht zu euch Alter. Warte, ich bin ja irgendwie am Weg hoffe ich mal. Warte mal. Ah, hier. Ich sehe euch ja. Jetzt hier raus aus dem Haus? Ja, sehe ich gerade. Durch die Tür. Ich komme mit meinem Mantel. Ich bin schon hier. Charles ist hier richtig fresh aus oder? Ja, aber sowas von. Oh, Alter. Du bist ja ein, du bist ja ein geiler Typ. So, wo muss ich hin gucke? Wo müssen wir rein hier? Hier oder was? Ja, hier am besten im Haus erstmal bleiben oder? Oben? Ja, hätte ja gesagt. Achso, hier. Ich kann mal eben durchs Wasser gehen oder was? Ja, kann man eh. Wusste ich nicht. Ja, ja. Achso. Habt ihr jetzt alle eine Wumme und so? Ja. Haben wir alle Waffen? Ja. Cool. Achso. Ich denke mal die ganze Zeit noch rum. Ja, hier haben eine fette Wumme hier im Stag. Ja, ich habe eine Armbrust. Nur noch ein 8 Mal. Und von oben sei. Liegt ja hier auch noch was. Ja, warte. Ich werde jetzt mal ummodeln wahrscheinlich. Der Ghost Nuke. Danke. Armbrust ist nicht so gut. Ja, ich wollte meine Armbrust besitzen. Ich weiß. Fotografisches Visier. Braucht das jemand? Nee. Ah, okay. Dann kriegst du meine RKM. Das kann ich nicht brauchen. Minderungs. So, komm. Ja. 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 Okay, Munition habe ich eine Menge. Ja, denke ich mal. Was liegt denn hier noch für eine Munition? Die baue ich nicht. Die sind schon ziemlich nah hier am Ballern. Hä? Die Armbrust lege ich mal ab. Weil das liegt nur in meinem Inventar rum. Weil ich brauche die nicht. Ich habe eine AKM. Und ich gucke mal dann, was ich neues will. Ist das hier oben oder unten? Was denn? Äh, hier oben. Aber drinnen. Visier habe ich. So, komm. Faust in der Luft kreisen. Habt ihr Gegner? Habt ihr irgendwo Gegner gesehen? Nee, nee. Ich bin gerade oben am gucken. Das habe ich zuerst gefragt. Wo ist denn deine Freundin drinnen? In welchem Inhalt eigentlich? Das sollte ich wissen. In 14. Äh, die wäre gerade ein Sophia drin. Ein Sophia. Ah, okay, okay, okay. Tankbuster. Tankbuster. Tankbuster, genau. Koji, Koji. Ja? Mach mal deine CDs rein, Alter. Du stirbst da an. Hat er nicht schon irgendwer Medikamente oder Heal und so weiter? Gefunden? Ich gar nichts. Äh, ich habe 15 Verbände. Okay, na dann, später dann. Ich kann welche droppen. Nö, nö, nö. Also warte, ich gucke gerade, was hier noch rumliegt eigentlich sonst. Polizei Reste. Hier bei mir liegen gerade vier Stück. Ich komme. Danke. Ah, das ist cool, dass man das alles droppen kann, oder? Ich finde das geil. Hier ist noch ein Rucksack Stufe 1, falls jemand braucht. Ja, den habe ich gerade abgelegt, weil ich habe die Polizei... Achso. Ja, ne? Ich würde jetzt... Ich höre irgendwo was. Ja, Boot. Ne, Fahrzeug. Ne, ne, Fahrzeug. Entfernt sich aber gerade. Ja. Ja. Ca. 320 langgefahren. Ja. Bei 3,20 war der da drüben? Okay. Da hinten, ja. Hinter dem Rot noch. Scheint aber weg zu sein. Ich gehe mal kurz da rüber ins Haus, mal gucken. Ja, ich habe es gehört, ja. Naja, hat man nicht gehört. Total unauffällig, ja. War total unauffällig, ja. Hab ich gehört. Hier liegt noch was. Braucht noch irgendwer was? Auf dem Balkon wird noch... Ne, die Brille nehme ich. Okay, ich habe eine Brille. Ich brauche nur einen Helm noch, glaube ich. Und ich glaube eine Uzi oder so liegt hier noch rum. Wo muss ich denn da rum? Sichel braucht kein Schwein. Denkpasta. Hier liegt noch 0,45er Munition. Ach, hier ist noch ein Helm, siehst du? Helm aufsetzen. Scheiß, habe ich. Zweier Helm sogar. Oh, oh, oh. Denkpasta. Ist cool, wir kommentieren zwei Spiele. Willkommen bei PUBG und Final Fantasy 14. PUBG und FFXIV. Ja, FFXIV. Und PUBG. Ich spiele euch später die Whatsapp nach. Vom Coach und von mir vor. Alter, wir haben, ich weiß nicht. Zehnmal hin und her geschickt. PUBG, 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 PUBG. Spiel mal PUBG, PUBG. Ja. Und wie war das? Ja, PUBG. Philippine First, China Second. So sieht's aus. Koji, du hast ja einen geilen Mantel. Du bist ja ein geiler Typ. Ja, ne. Aber sowas. Das liegt nicht noch für Munition. Braucht die die, die 9mm nicht, Alter. Alter, ich habe 9mm, ich nehme jetzt mal mit. Also ich bräuchte ein bisschen 5er. Ich habe 9mm, 9mm und 7, 6, 2. Und 5er habe ich nichts in meinem Inventar. Leider nichts. Ne. Also drüben, wie sagt, da liegt noch 0,45 Ambulition, falls ihr die braucht. Wollen wir einen Rottpunkt? Warte, ich gucke, ob das ich auch... Warte, ich habe... Holographisches habe ich drauf. Ist das besser oder Rottpunkt besser? Weiß ich gar nicht. Das ist Geschmackssache. Ja. Also im Endeffekt ist beides der gleiche. Ja, okay. Ich treffe mit beiden nicht halt. Du meinst, ich treffe mit beiden nicht? Okay, okay. Die 3er schreibt, ihr spielt als erstes... Na, sollen wir jetzt hier bleiben oder wollt ihr weiter? Na klar. Na klar bleiben wir hier. Ist eigentlich schlecht zum Campen. Ja, ja. Ja, zum Campen schlecht, aber... Jetzt hat er die Tür zugemacht. Aber wo willst du denn hin? Wenn die hier reinkommen, haben wir keine Chance. Ja, okay. Aber nur weil wir alle im selben Zimmer sitzen, ja. Aber ähm... Wo wollt ihr denn hin? Alternative? Ja, wir können ja nur Richtung Ruinen, oder? Wir sind doch noch gut hier, oder? Na auf die Insel? Ja, ja. Insel war gut hier drin. Ja, eben. Ich würd noch warten, oder? Ja, die Zone ist... In 2 Minuten. Ja, wir sind auch egal. Weil ich mein, da draußen, ob wir jetzt großartig Ort, das mal besuchen kannst, ist die andere Sache, ne? Ja, aber die müssen uns hier mal finden, ne? Aber ich zitter, siehst du das? Siehst du das, wie ich zitter? Ja, das macht jeder... Aber man muss uns hier mal finden, hier oder nicht, oder? Oder seh ich das falsch? Meeeeh... Ja, nicht wirklich... Wie gesagt, es ist egal, ob wir jetzt hier bleiben, weiter gehen... Ja, dann bleib' wir hier, so. Dann trinke ich was, ja. Mach' immer was zum Trinken. Schalt und try das. ja nee aber ja im süden naja dann gehen wir mal gucken das ist ja gut zu wissen da oben sind es zwei spieler wo ist oben? du bist Kuki? wo sind die? wir suchen da gerade den Berg ich sehe sie ja ja jetzt ist sie ausgestiegen kann ich auf die Entfernung schon treffen? bist du wegsnipernd? das kannst du glaube ich knicken weil ich sehe sie jetzt gerade nicht mehr Motorrad Klaus angehalten ich sehe es auch nicht ne da fährt einer weiter Motorrad Klaus angehalten oder fährt weiter ich sehe die zwei aber auch nicht mehr ne ne die sind weg die sind rechts rum Richtung Westen abgehauen ah moped 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 ich höre ihn wo ist er denn ja ich sehs ich sehs denkbasta denkbasta cd raus da springt er wo ist er denn? wo ist er denn? ist der oben oder was? der ist oben im Haus bei 200 drüben boah ich hab den so oft angehittet den Sack ne den Sack ich war gerade aber irgendwie schiss jetzt gleich von hinten kommen die anderen ja 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 war der auf der linken Seite oder was? riecht genau gegenüber au warte irgendwer schießt noch ja ne passt schon warst du das? alter Kutschi du schießt ja dich selbst alter ja wir können nur welche Tür geht denn nach unten? hier hm ja ja da raus genau ja ok hinter uns die ja ok zitter wieder äh kann ich hier runter gucken eigentlich? naja ich guck ob Charles nichts falsches macht der denkt auch er campt man oder? schießen auf jeden Fall nicht auf uns ja dann kommst du nicht aufs Dach hoch scheiße wenn ich am Balkon gehe auch nicht gut besser ne Balkon ist noch beschissener ne naja klar hast du keine Deckung seh ich zwar mehr aber bei dir drin sieht man nichts ne ne das ist das Problem ja nur drüben ja ja gut entweder wir sind jetzt die Made im Speck ja oder siehste Schüsse Schüsse von wo? ja der hat einen ausgenockt ok ausgenockt tatsächlich ja 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 und wir sind immer noch safe jetzt mit dem mit der Zone also die macht jetzt erst zu also wir haben noch ein bisschen Zeit zum reagieren also wenn wir mal gucken mhm ich steh mal davon aus auf je nach wie fliegt die weiter wahrnommen müssen ja gut weiter können wir ja ne jetzt warten wir mal was die was die Zone macht ne Frage ist wohin ja gut wir sind immer noch in der Absprungzone vergesst es nicht ne wir haben uns noch nicht wirklich bewegt da ist er da ist er da da ist er da jahrgesehen Capitan? nein ich hab ihn ausgenockt da ist auch einer von mir hier Der will sein teammate retzeln? Scheiße, da kommst du nicht durch, durch die Wand kannst du nicht ballern, ne? Ja, der retzelt ihn, ne ne, der retzelt ihn jetzt eh. Koji, spring dich da hin und her, Alter, ich schieße dir in den Rücken sonst. Ich muss dir nachladen. Achso. Ich muss nachladen. Na, der ist jetzt, ok, die kriege ich ihn weg, ne? Dann kriegst du sie nicht, ne? Ja, klar. Ja. Ok. Da, er guckt wieder. Hä, wo denn? Ich hab ihn nicht erwischt. Hast du ihn erwischt? Nicht. Er ist schwer angeschlagen. Zone immer noch safe, ne? Zone ist gut. Nice. Lol. Wir können das ganze Game hier bleiben. Ja, höchstwahrscheinlich. Wir müssen nur, wir gucken alle nun einen in dieselbe Richtung, ne? Also ich guck mal ein bisschen, wir hatten die Tür aufgemacht hier. Die war zu. Echt jetzt? Also die Gegner reinkommen, die Tür aufmachen und wieder gehen. Also vorher war sie noch zu, ne? Und du, guck mal da raus beim Fenster, ja? Da ist er wieder, da ist er wieder. Wo ist er denn? Ich hab ihn angehittet zweimal. Perfekt. Der wartet da, der kämpft da, der Larry. Ja, oder halt das gerade einfach komplette Ablenkung und sie kommen gleich von hinten. Ja, das meine ich ja. Darum sag ich ja, wir müssen noch ein bisschen hinten schauen. Aber Cookie ist eh runter, glaub ich, ne? Cookie ist runter, ne? Ja, ja. Ich bin grad nur hier unten kurz am Gucken. Ja, ja, ja. Passt ja. Oh, Puff. Granate, von wem? Granate von mir. Ah, von dir, ok. Granate ins Fenster schaut mir rein. Ja, ja, ja. Haben wir gemacht. Ja, ja, ja. Mit fünf. NADROX, Servus, grüß dich. Servus, NADROX. Warte ich komm, muss wieder näher kommen. Muss wieder näher zum Monitor. Ja, wir haben zu wenig Schaden, ja. Ja, wir haben wirklich zu wenig Schaden. Du hast recht, der Damage ist echt kacke. Sag das zu deiner Freundin, sie hat recht. Sie hat recht, wir haben echt wenig Damage hier. Ja, hast recht, wir haben echt wenig Damage hier. Soll ich sagen. Was? Die Beste spielt den Paranoia-Simulator, ja wir haben den Paranoia-Simulator, Alter da ist einer! So spielen die Profis, verstehst du? Der Spielbereich verkleinert sich in 30, wir sind immer noch safe, immer noch im ersten Gebiet. Aber jetzt wird es auch mal interessant rundherum gucken, weil irgendwann mal werden schon unten welche rumrennen, schon langsam, nicht nur da oben der eine. Weil jetzt viel Platz ist nicht mehr, ne? Ruinen? Okay, es werden sich noch einige in die Ruinen verstecken und so weiter, das kannst du immer annehmen. Aber der Rest? Einer sollte sich vorwagen, ne Lord Draco, hier wagt sich keiner vor, Alter. Wenn? Ja dann alle. Wenn dann sterben wir gemeinsam. Ja. Ich guck da aber, ich seh auch unten nicht, dass da unten irgendeiner ist, ne? Ich wette, wer steht da immer noch da hinten? Ne, wenn er wegkriegt nicht, Kutschi. Wenn er wegkriegt nicht. Eben hat der sich auch kurz gezeigt und dann wieder da. Nein, ich glaub nicht. Es sind ja zu dritt, einer ist links in den Haus und zwei sind rechts daneben. Mhm. Ich glaub das ist im Urin, dass der da draufsteht. Ja. Du hast einen Urinstinkt, ne? Ja, ja, ja. Geh vom Gasherd weg, sonst wenn der explodiert, ne? Weißt der eh, ne? Ja, da kann nichts passieren. Schau, dass du an die Wand im Rücken hast und nicht ein Fenster. Sonst hast du schnell eine Kugel im Kopf. Hab ich doch hier, guck mal. Hier ist doch Wand. Ich bin doch an der Wand. Mhm. Ich bin doch an der Wand. Ich bin doch an der Wand im Rücken. 34 am Wind. Sie sind immer noch safe? Ja. Ja. Mhm. Ich guck nur in die anderen Häuser da drüben, aber hier tut sie nicht. Wenn die Wand durch ist. Na hoffen wir mal, ne? Was du denkst, aber ausgenockt hast du den, oder nicht? Mhm. Also ich hab vorhin einen ausgenockt. Mhm. Aber tot ist er nicht, ne? Ja, aber der hat er wahrscheinlich wieder gerätzt. Genau, mehr tot ist er nicht. Ja. Ja, geh ich davon aus. Also ein Test der den Kinn, ne? Ja. Mhm. Ja, warte. Kopfschuss getötet, irgendjemand, irgendjemand. Und der Ninja auch. Oben, oben, oben. Ja, warte. Wir gucken, wir gucken. Wo seid ihr jetzt, Alter? Oh, wir sind immer noch in der Zorna. Wirklich? Haha. Nee, oder? Tatsächlich, Alter. Fuck ey. Wir werden gleich von allen Seiten die Granaten reinnehmen. Ja, na gut. Mhm. Ja, aber, ich mein. Geht's hier aufs Dach eigentlich? Ja oder nein? Äh, hier nicht. Nee, ne? Scheiße. Fuck. Das Einzige, was hier, wenn es in der Gestalt auch safe sein wird, ist eventuell das Treppenhaus. Aber das wird auch schon scheiße, wie in den Fenster da. Zonenlack. Zonenlack haben wir. Ja, absolut. Oh, deine Frau bettelt. Bitte. Oh je. Nehmt mir Baffut mehr. Baffut hilft immer. Da bist der Coach so fett. Der hat immer Baffut, weißt du? Ja, das ist ja. Ohohohoho. Stimmt Coach, eh? Immer ich, ja. Ja eben. Aber hier bei den Fenstern, ich sehe keinen, aber ich gucke jetzt auch eher hier runter überall, ja? Weil... Naja, unter anderem. Am besten. Ich gucke immer rundherum hier, weißt du? Mh. Ist echt nicht ein... Aber wir sind hier immer noch safe, ne? Ja, weil es ist trotzdem nicht nice, Alter. Wir sitzen wirklich, bin ich wie eine Marde im Speck, Alter. Vier. Nicht nur eine, vier. Vier Stück, Alter. Ne, sind noch safe, glaub mir. Na, Alter, Coachee. Problem ist, die Gegner werden gleich voll gegierig hier reinkommen. Jep, na ja. Jep. Mit vierer Teams. Ja, Leeroy Jenkins. Weil die ja auch nicht so schlechtes Gear haben, ne? Ne. Aber scheiß Aim, ne? Aber ich hab nen Kack Aim, ne? Und Coachee auch, das siehst du ja da. Ja, ich sag mal so, beim Nachkampf, da kannst du keinen Kack Aim haben. Ja, das stimmt. Na gut, dann wechsle eh auf die Uzi. Dann wechsle ich eh. Lad mal nach, scheiß. Soll ich schon wieder nachladen? 30, na gut. Also was hab ich auf meine Uzi? Bei der Uzi muss man schon recht treffsicher sein, damit er einen killen kann. Wirklich? Mach das Ding nicht einfach nur Löcher? Ja. Ja, die zieht halt übelst nach oben, ne? Ja, stimmt. Ja, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die ist halt sofort leer, ne? Schüsse. Ja, ich hab's gehört. Aber ich seh auch nix mehr, ne? Und wir müssen aber gleich hier rauslaufen müssen. Denkste? Mhm, das will mich sehr. Oh ja, dann ist klar. Ja, dann müssen aber alle rauslaufen, ne? So ist ja nicht, nicht nur wir, ne? Ui, Schüsse. Ich glaub das ist oben bei der Ruine, glaub ich. Also bei dem Turm da. Ja, 215. Na? Ja. Das ist schon ein bisschen was näher als Ruine. Denkste? Okay. 26 am Leben, ne? Alter, wir haben echt Glück mit der Zone. Immer schauen, dass du volle Magazine hast. Okay, alles klar. Gut, mir rein, passt. Full. Ist dein, ist dein Tee schon wieder leer, Coach? Alter, das gibt's nicht. Du trinkst zu viel. Da musst du immer aufs, da musst du immer aufs Klo oder was, ne? Da hab ich immer einen halben Liter machen. Ja, ach so. Oh, wir haben echt Zone lag, ey. Ja. Ja, aber jetzt. Ja, immer noch, ne? Ja, immer noch, ja. Fuck. Das ist schon die Nässe jetzt. Wir sind immer noch dran. Ja. Ja, Charles ist hier. 23. Das wird echt ein Campingdiener. Aber es macht ja keinen Sinn sich zu bewegen bis jetzt, oder? Ne, bis jetzt nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Also die dürfen uns nicht sehen, das wär am besten. Ja, Coach, geh weg vom Fenster. Ja, wo soll ich denn hingehen? Ja, so wie ich eigentlich. Bleib in der Mitte irgendwo und versteck dich hinter der Wand. Ich warte hier am Treppenhaus. Ich bleib auch hier, oder? Nee, kannst du in das Fenster umgucken, ne? Mhm. Ich lege mich auch mal auf den Boden, ne? Das ist aber keine Freude, die hinten rumrennen, ne? Nee, gar nix, ey. Boah, die Fenster, die nervt mich. Die muss ich jetzt kaputt schießen, oder? Nein! Alter, hör auf! Coach, ey! Wenn er spinnt, er schießt ihn. Im Notfall Waffe wechseln und nicht nachladen. Ja, ja. Ich bin ja durchgedreht. Mhm. Wir haben uns noch nicht viel bewegt. Haben wir eigentlich irgendwas gekillt bis jetzt? Hat irgendwer einen Kill? Ich nicht. Also, den hab ich sowieso noch. Äh? Äh? Auch nicht, ne? Diesmal war ja relativ chillax bis jetzt noch, oder? So wie ich das sehe. Aber ich glaube, ich brauch dann... Da kommt gleich noch. Ich glaube, ich muss dann Zigarettenpause machen, ne? Alter. Wo kann man ihn machen? Auf jeden Fall. Eine Espressopause? Ja, oder so. Ne, Espresso nicht halt. Es ist Mitternacht, bei mir dann schlafe ich nicht mehr. Rauchen reicht. Ich muss noch eh nicht aufstehen, glaube ich. Es kommt aber auch nichts von unten an. Nein. Es tut sich aber auch nichts. Es sind noch 21. Guck mal. Äh, die kennen wir schon alle am Rand. Und vier sind wir davon, oder nicht? Ah, ich sehe einen. Oben bei Ruin. Spring grad runter. Äh, wieviel Grad? 255. Ah, das ist ja auf der rechten Seite. Okay. Okay. Ich geh mal. Ach, da hinten. Da kommt er. Zwei Stück sind dort. Ja, passt mal auf. Ja, gut. Aber der hat das Leipel in der Hand. Passt auf. Ja, dann entweder treffen oder lassen, ne? Dich aus dem Fenster gucken. Ne, ne, ne. Der ist ja bei euch, ne? 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 Ah, ich hab ihn gesehen, ja. 250. Ja, passt auf. Der ist wahrscheinlich gut. Der rennt da richtig gut. Ich hab das früher grad. Ja, ja. Wenn wir jetzt immer noch safe sind, ne? Dann fress ich im Besen. Werden wir wahrscheinlich so wie der gerade aussieht. Ja, wir sind immer noch safe. Alter, fuck, alter. Das ist wirklich, das ist, das ist unser Haus, ne? Die kommen immer näher, die kommen immer näher. Wir müssen gleich schießen. Können nicht mehr lange warten. Ne. Ich pass mich unten auf. Jo. Also wenn ich schreie, ne, ist das hier am Treppenhaus, ne? Okay. Super. Super. Kutschi schreit, weißt du? Zwei Häuser weit, da sitzt wahrscheinlich das nächste Squad. Lol. Ja, ja. Absolut Naddox. Ja, ha, ha, ha. Die sitzen daneben an der nächsten Wand und denken sich, alter, hier kommt keiner rein. Und wir denken uns, alter, hier kommt keiner rein. Ja, also ein Squad ist jetzt hier bei 275 in den Haus unten. Also da drüben ist es. Also direkt schräg gegenüber von uns beiden. Ja, okay. Da müssen wir aufpassen. Ja, okay. Äh, da solltest du da vielleicht kurz direkt da ein Stück. Mhm. Ich leg mich hier hin. Ja, leg dich mal hin. Guter Plan, leg dich mal hin. Schlaf mal ne Runde. Gute Nacht. Noch seh ich da oben aber nix. Oh Gott, jetzt werd ich nervös, ey. Ich mach mal nen Burst rein. Aber wir dürfen hier nie wieder abspringen, ja? Nie wieder. Weil das Lack haben wir nie wieder, ne? Das wisst ihr schon, ne? Das Ding ist tot. Äh, totgelootet. Es bewegt sich auch gar nix, ne? Mhm. Und auch nicht von der blauen Zone. Ich guck die ganze Zeit. Aber da läuft niemand mehr runter oder so. Wart ihr jetzt nur Ruinen oder wie? Nur hier. Nur an dem. Wir sind hier abgesprungen. Ich glaub jetzt die Markierung ist sogar noch drauf. Ich glaube auf 320. Ja. Läuft über die Häuser rüber. Ah, okay. Da oben seh. Der ist da grad runter gesprungen. Denkbar ist da tot. Denkbar ist da tot. Shit, ne? Alter, die Zone. Wir haben immer noch Glück. Guck mal. Der hat eindeutig keinen Charles Guide geguckt. Ne. Guck mal. Ne, so viel hab ich. So viel Ex. Oh je, wir müssen weiter. Aber nicht weit. Wir haben nicht viel, ne? Ja, aber jetzt kommt die Scheiße. Wir müssen hier raus. Ja und? Ich werd von unten durch. Von unten durch. Von unten? Von hinten. Von hinten. Vom Norden. Warte mal. Wo ist hinten hinten? Hört sich 50 Grad. Da waren grad zwei Leute. Aufpassen. Ah, ich seh hier. Hier ist jemand. Ich seh den. Auf 5. Auf 5 muss der sein jetzt. Warte, ich hab ihn. Ich muss aber aufstehen. Dann. Fuck. Ja, unter uns sind welche? Aufpassen. Ich hab auch einen gesehen da drüben. Aber aus nem Haus schießen ist Kacke, ne? Sag ich euch so wie sie ist. Ich glaub der ist reingekommen. Bei uns? Oder hat einer von euch die Tür betätigt? Nein. Ne. Unter uns ist gar keine Tür. Unter uns ist gar keine Tür. Also Vorsicht. Irgendeiner hat grad ne Tür geöffnet. Oder geschlossen. Ne, hier ist nix. Hier ist nix. Wir müssen raus, Leute, ne? Ja, ja. Wir müssen jetzt weiter. Ja, wir müssen raus. Ja, aber hier bei der Tür raus. Kommt runter. Kommt runter. Okay. Ja, runter würde ich sagen. Hau mal die meiste Deckung. Okay. Bin am Weg. Links schießt was. Ja, ja. Runter, 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 runter. So, wohin? Wir müssen da rüber. Oh Gott, hier. Ich hab ihn tot. Ich hab ihn tot. Ja, ja. Ja, komm. Geh Deckung. Geh Deckung. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Schüsse, 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 Schüsse. Schüsse, Schüsse, Schüsse. Ich hab einen gekillt. Cool. Nein. Ich bin raus genug. Nein, da oben, da oben. Macht nix. Weiter, geht weiter. Bleib da, Gucki, bleib da, Gucki. Bleib da, Gucki. Ja, ich geh nur an den Rand. Passt. Nochmal. Wieder beleben. Geht schon los. Hier drinnen, hier drinnen. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, da drinnen im Haus. Ja drinnen, okay. Wir kommen gleich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin das bei der Tür. Ich bin das bei der Tür. Fuck, 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 fuck. Ihr müsst weiter, Jungs. Wir haben aber nicht mehr weit. Die Zone ist hier in dem Haus drinnen, oder? Ah, ich bin tot. Der ist oben. Der ist oben. Der steht am Absatz oben. Komm, das machst du schon noch. Expresso. Der steht oben. Der ist oben. Musst du hoch? Hol uns den Sieg. Hol uns den Sieg. Oben könnte eng werden. Oh, hier ist er. Oh, shit. Vierter. Ah. Vierter. Egal, immerhin. Ah. Verdamm. Alter, war das geil. Egal, war gut, war gut. Ja, aber wir haben nur gekämpft. Ja, mach mit. Ah, war das geil. Dann machen wir kurz Zigarettenpause. Ja, Zigarettenpause. Los, fünf Minuten. Los. Gut, finde ich gut. Ja. Und Tankbuster nicht vergessen, sagt eine Frau. Unbedingt Tankbuster. Tankbuster nicht vergessen, sollte ich sagen. Ja, Tankbuster. Das war guttergelaufen. Hahaha. Hahaha.